servus leute es gibt heute das nächste fiesta video es gab jetzt ein video vom schweißen und reparieren es gab ein video vom tüv aber ich bin noch nicht gefahren das liegt einfach daran dass es das ganze jahr schon durchgehend eigentlich regnet es ist nur am regnen jeden tag trotzdem fahren wir jetzt einfach mal eine runde und jetzt gewittert sogar auch ich würde sagen genug erzählt jetzt setze ich mich einfach mal ins auto und fahren wir mal so 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 Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt beim Stiftungsgasthof zum Gustl. Das ist wie ein großer Hof, der von Augustina gekauft wurde und jetzt gerade hergerichtet wird. Es ist fast alles Baustelle, aber das Wirtshaus hat seit zehn Monaten geöffnet. Sieht sehr schön aus. Drumherum wird komplett noch umgebaut. Es soll noch ein Biergarten entstehen mit 3000 Sitzplätzen. Ich gehe jetzt rein und bestelle mir was zum Trinken. Ich blende noch ein paar Aufnahmen ein. Wird bestimmt richtig, richtig schön, wenn alles fertig ist. Das soll aber noch zwei, drei Jahre dauern. Ich mache mich jetzt wieder auf den Heimweg. Wenn jemand aus München oder Umgebung ist, schaut auf jeden Fall mal hier vorbei. Und lasst mir auch immer gerne Feedback zu den Videos da. Das war heute mal so vlogmäßig. Schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr das findet. Ich hoffe, es sind nicht allzu sehr Windgeräusche. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.